Leute, ich armadud, ich nehme das Video jetzt schon dreimal auf, weil ja, es ist immer mal schief gelaufen. Egal, machen wir es nochmal. Ja, heute zeige ich euch, wie ihr mehr FPS, Grafik-Backwerk geht, keine Standbilder mehr und keine Legs mehr habt. Also so ging das auf jeden Fall bei mir, weil ihr wisst ja, ich habe auch nicht so gut einen PC. Und deswegen habe ich jetzt schon so ein paar Guides geguckt so und das eine hat jetzt wirklich geholfen bei mir. Als erstes geht ihr in die Einstellung, geht ihr auf Personalisierung, dann geht ihr auf Farben, macht weitere Optionen, Transparenzeffekte aus, dann Designs, geht ihr hier auf Sounds, geht auf keine Sounds, übernehmen, okay. Okay, das war es dann schon mal hiermit. Dann, die nächsten Steps geht nur, wenn ihr Nvidia habt. Ihr geht auf Nvidia. Ich muss auch kurz sagen. Ich wundere, wenn meine Stimme sich ein bisschen komisch anhält, ich habe extremer Halsschmerzen. Obwohl ich heute schon zwei Tees getrunken habe, Bruder, muss absolut groß. Geht ihr hier auf 3D-Einstellungen verwalten, Programmeinstellungen, muss auch kurz sagen. Dann geht ihr auf hinzufügen, Fortnite, ausgewählte Programme hinzufügen. Und dann seht ihr hier meine Einstellungen, ich mache ganz langsagen, die einmal dann bitte übernehmen. So. Wenn ihr die übernommen habt, dann einfach hier unten dann anwenden, übernehmen. Ich weiß nicht, ob da anwenden oder übernehmen steht, dann lädt das kurz, dann habt ihr die übernommen. Ich mache hier nochmal. Also einfach dann pausieren und dann die übernehmen. Dann geht ihr wieder hier auf das altbekannte AppData. So, das muss ich ja nicht so erklären. Das kennt ihr bestimmt die meisten dann einfach hier auf AppData, Local, Fortnite Game, Saved, Config, Windows Client, Gamer User Settings. Dann lädt das kurz, dann seid ihr hier drinnen. Dann Stretch the Resolution natürlich immer einstellen. Also, nicht immer einstellen, aber eben halt, es ist erstens ihr besseres Gamegefühl. Es läuft smoother und ihr könnt mehr sehen und ich mag Stretch mehr. Und ich habe ja schon ein Video dazu gemacht, falls jetzt jeder von euch weiß, wie das geht. Dann, ich spiele ja eigentlich auf 60 FPS, aber wegen Grafik-Bug habe ich die jetzt einfach runtergemacht auf 50. Weil auf 30 leckt das halt ziemlich. Also ich kann auch auf 60 jetzt eigentlich wieder spielen, wegen diesem Guide hier. Aber auf 50 mache ich jetzt erstmal so, zu gucken, ob es jetzt wirklich so gut ist, dass ich es wieder auf 60 machen kann. Und deswegen, also falls ihr nicht so gut einen PC habt, einfach hier auf 45, 40, 35 und wenn es halt gar nicht geht, dann auf 30. Also wenn der Grafik-Bug immer noch da ist. Und ja, das war es damit. Ähm, also dann einfach hier einstellen, hier auf 50, damit der Grafik-Bug nicht mehr so, also wenn ihr 60 habt, ihr könnt also erst 55 machen. Wenn der Grafik-Bug dann weg ist, dann, ähm, ja könnt ihr auf, ja könnt ihr es auf 55 lassen, wenn es dann immer noch nicht weg ist, auf 50. Immer so ausprobieren, wann es bei euch halt weg geht. Ähm, ja, das war es dann damit. Dann geht ihr, ähm, hier, das Programm ist noch ziemlich nice. Äh, Set Timer Resolution, äh, verlinke ich euch einfach mal in der Beschreibung. In der Racer Cortex, habe ich letztes Mal schon vorgestellt. Verlinke ich auch wieder in der Beschreibung. Ähm, ja, dann gibt es noch eine Sache, die ich euch zeigen kann. Ähm, dann geht ihr einfach hier drauf, äh, auf euren Task Manager. Auf Details und dann könnt ihr einfach hier bei Epic Games Launcher, ähm, Priorität, äh, Priorität, äh, Priorität, ich kann, äh, Halsschmerzen, okay, Leute. Einfach hier auf Niedrig einstellen und wenn ihr dann Fortnite öffnet, einfach rechtsklick auf Fortnite, äh, und auf, äh, Hoch einstellen. Also, dass sich immer alles auf Fortnite, äh, konzentriert. Dann können wir noch ganz kurz hier das machen, ähm, ich glaube, das war das hier, war es das? Ich weiß gar nicht, äh, ne, das war es nicht, das war es nicht, ähm, hier, da. Hier einfach dann, ähm, ausbalanciert empfohlen, Racer Cortex Plan, äh, einfach auf, ich, ihr wisst, ihr habt wahrscheinlich jetzt nicht, äh, ultimative Leistung, äh, sondern nur Höchstleistung, dann geht ihr einfach auf Höchstleistung. Ich mache natürlich, äh, ähm, ultimative Leistung, das, wenn ihr wollt, dass ich einen Guide dazu mache, wie man ultimative Leistung freischaltet, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Es hält halt noch ein bisschen besser als hohe Leistung und ich weiß nicht, warum ich es dreimal habe, ich habe es aus Versehen zu oft eingegeben. Aber ist ja nicht schlimm, ähm, dann einfach, bei euch wird wahrscheinlich eine hohe Höchstleistung stehen. Einfach auf Höchstleistung machen und wenn ihr wissen wollt, wie, ultimative Leistung, wie ihr das macht, dann, schreibt es einfach in die Kommentare, dann mache ich dazu einen Guide. Ähm, ja, das war es dann eigentlich schon damit. Könnt ihr schließen und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wird mich sehr freuen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und natürlich bei Fortnite-Einstellungen, alles auf Low, außer Betrachtungsdistanz, auf, äh, mittel, hoch, äh, weit oder episch einstellen, wie, wie, wie gut euer PC halt ist. Und ja, wir sehen uns bis zum nächsten Mal, haut rein, Leute, ciao und habt noch ein schönes Wochenende.